Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im DC Universe Online. So jetzt spielen wir wieder mit RodDoggy DoggyDog und machen da weiter wo wir aufgehört haben. Wir waren hier auf dem Dach und wir hatten da unten irgendwo die eine Quest. Warte mal, wie war das mit dem Fliegen gedrückt lassen? Ach, ich war nicht wie ein Akrobaten Dingens. Na dann. Ich hab Peng gemacht. Ich hab Peng gemacht. Ah, meine Landung macht Peng. Hä, was ist denn das da? Das ist das ursprüngliche Wayne Enterprises Gebäude. Das Unternehmen wurde im 17. Jahrhundert gegründet und der Bau dieses Gebäudes im 19. Jahrhundert markierte seinen Aufstieg zu einem der größten multinationalen Konglomerate. Viele Leute im East End haben Wayne Enterprises für die Verbesserung ihrer Lebensumstände zu danken. Jo, und das werden wir bestimmt ändern. So. Hier rüberlaufen, fliegen und... Ich bin dran. Ich bin dran. Ich brauche Verstärkung. 500 pro Woche? Hm. Behalt dein Geld. Du kommst mit mir. Ach, ich muss Leute überreden, dass sie für mich arbeiten. Hm. Ich bin getroffen. Tja. Das war die falsche Entscheidung. Wärs mal lieber bei uns geblieben. Ich hab das Geld für Timis Operation von einem von Falconis Männern. Ja. Du willst mich also schmieren? Wie viel? Vergiss es. So leicht bin ich nicht zu bestechen. Dann wirst du nicht mehr anlebt. Du musst mir helfen. Behalt dein kränkiges Geld. Ja. Haben wir den nochmal um. Nimm mir die Handschellen ab. Ja. Schön. 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 Komm her. Wir machen die Rösten nicht in Bullen und dann raus hier. Oh, das ist mir so ein cooler Ausdrufezeichen-Dings. GCPD-Datei The Match Malone. Sechs Fälle von Brandstiftung, drei Verurteilungen und ein Fall von Versicherungsbetrug. Ich brauche Verstärkung. Das war der letzte Bulle. Zeit für einen schnellen Abgang. Ja, los. Und? Ach, Mensch. Was für langweilige Polizisten sind denn das hier? Ich kann doch nicht nur mal fürs Gute kämpfen. Auch mal fürs Böse. Falcone will mich also auf der Gehaltsliste, was? Niemals. Lieber sterbe ich, bevor ich mir die Hände schmutzig mache. Schon geschehen. Alles klar. Hände hoch und Waffen weg. Moment. Wie viel hast du gesagt? Sag ja. Ich denke mal, der hat ja gesagt. Sie versuchen, den Täter zu bezeichnen. Feuer! Ich bin getroffen! Nicht gut gegen mich. Äh, nicht gut für mich. Ich hecke die Stoßstange. Los, aber der... Och, Menno. Hier spricht die Polizei. Rekruten geht das nur. Super. Ich bin getroffen! Yeah! Moment. Wie viel hast du gesagt? Oh, da ist ja noch ein Ausrufeszeichen. Das sieht ja jetzt rein aus. Willkommen bei Big Belly Burger! Einem Lex Corp Unternehmen. Heute im Angebot, das Welly Belly Jannis Tandini. Dazu eine Smilin Bessmilch gratis. Was darf sein? Schießt! Der Häftling wird uns nicht entkommen. Ich bin auch kein Häftling. Oh, ja, ein bisschen viel. Ich bin getroffen! Zentrale, notfalls! So, hier nochmal was hacken. Vorgelegten Boden, verstanden? Das ist der Leben! Den Befreien! Komm schon, nimm mir die ab! Ich brauche Verstärkung! Runter, verdammt! Das muss ich doch mal herren. Bier, Bier! Wir haben einen Mann verloren! Ein, ein paar mehr! Das ist erledigt! Ich bin doch mal über den Schlag gelaufen. Ich bin doch mal über den Schlag gelaufen. Ach, je. Nein, dann ist noch ein Gefangener. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Nein, ich habe den anderen angeboten. Das geht doch so schnell mit den Armvisieren. Nimm mir die Handschellen ab! Sie haben das Recht, mit einem Anwalt zu sprechen. Der letzte, der letzte! Hey! Hilf mir raus aus diesen Dingern! Ich war Freifalkunsmänner aus einem SWAT-Transporter. Wo sind Sie hier Transporter? Alles klar! Hände hoch und Waffen weg! Lass mich in Ruhe! So. Jetzt trifft er mich nicht mehr. Aber wir wollen erst mal Start. Dann gehen wir auf Tagebuch. Solange du einen Auftrag ausführst, gibt es in der ganzen Stadt die... äh, Menschen. ...die dir eine Belohnung geben, wenn du den Auftrag gut ausführst. Ich zeige dir einen. Schnapp dir, was du kriegen kannst, klar? Da ist ein Transporter. Der Kerl darf nicht in Kampf schießt! Los, bald um! Man wird euch brüllen, das endlich klar! Diese Stadt gehört unten. Hände hoch und Waffen runter! Oh, es ist zu spät. Hier spricht die Polizei. Frei wie ein Vogel. Ach, wir müssen jetzt hier uns halt mit Schutzspänzer haben. Du wirst dran glauben müssen. Wollt ich gerade mal den Typen hochklettern? Haha. Was ist denn, ich schreibe da noch aus? Ich erledige dich! Du erledigst ihn nicht. Oh, du auch nicht. Ich bin getroffen! Wir haben einen Mann verloren! So! SWAT! Wer hat sie wieder da sein? Oh, Mensch! Muss ich wieder suchen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Ah, hier ist nichts mehr. Ah, die Züge können gar nicht fahren. Hier ist ein Loch in der Schiene. So! Ich bin dran! Da ist ein Swut. Das ist erledigt! Ich brauche Verstärkung! Wenn die Kamera nicht auf wie schnell drehen. Ich bin getroffen! Los, voll um! Na, geht! Wir haben einen Mann verloren! Frei wie ein Vogel! Diese Bullen werden dafür bezahlen, mich eingesperrt zu haben! 11,99! Ich brauche eine Unterstützung! Das ist erledigt! Weiter machen! Ich bin getroffen! Ach! Da kommen ja immer mehr raus! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! 11,99! Ich brauche eine Unterstützung! Ist er weg? Ich glaube, der ist weg! Ich sehe ihn nicht mehr! Schnell! Obwohl die Wand ein bisschen hochklettern! Dass hier keine lästigen Polizisten mehr sind! Startrücken! Es sieht den Bullen nicht ähnlich, sich mit der Gotham-Mafia anzulegen! Wetten, dass Batman Ihnen einen Tipp gegeben hat? Batman! Das ist ein Batman! Jetzt beginnt der eigentliche Spaß! Die Polizei hat das Falcone-Lagerhaus umstellt! Wie gut, dass mein Sprengstoff noch herumliegt! Geh dorthin! Und fange schon mal an, für Stimmung zu sorgen, okay? Ach, Mensch! Dann fliegen wir halt so! Wir fliegen ja nicht! Wir schweben! So leicht wie eine Feder sind wir! Wir schweben um das Haus herum! Nicht um drüber, weil es nicht geht! Da ist der Eingang! Bam! Das ist auch? Ach, geht mal da! Jutti! Boah, den habe ich aber in Luft zerfetzt! Wir haben einen Mann verloren! Ich habe doch ein Würze gekriegt! Ich kann ja gleich erst mal einen legen hier! So, weg hier! Bestätigt sind! Ich kann schauen! Hm. Na, okay! Da ist ein Ausrufzeichen, das haben wir aber schon gehabt! Hier war man wie schon mal! Ich brauche Verstärkung! Ich brauche Verstärkung! so jetzt aber wo bleibt die verstärkung fahre zum revier zurück da ist doch ein polizistenwagen ok das war ja knapp zehn vier bin unterwegs zum frachthof wir machen dich fertig so und gleich noch eins da ist noch ein und das letzte fertig bestätigt die polizei habe ich doch gerade gemacht die showkörper keine chance ich werde die polizisten muss ja auch noch das zählen die polizei auch ne nur die normalen streifen polizisten hier spricht die polizei ladies wo seid ihr da ich bin getroffen netter versuch glaubst du du kannst mir angsteinjagen was passiert mit denen jetzt schön wie du willst deaktiviere einfach das ding boah der explodiert auch es ist mir egal was du machst ich bin keiner dieser korrupten bullen tot 30 deaktiviere die bombe ich mache was du das passt ja zwei stück hier zack glaubst du dass du dich mit angst in falcones schuss zwingst keine chance ich werde niemals und das muss man hier lang immer den pfeil hinterher ja hey du bist in ordnung finde ich wir sehen uns danke ich werde dem boss sagen dass du auf unserer seite es ist gut eine neue macht in der stadt zu haben ich schulde dir was alles klar ich sage den jungs dass du in ordnung bist ich schulde dir was ich sage den jungs dass du in ordnung bist mann ist doch komisk für konspirant ist eh bat es ist gut eine neue macht in der stadt zu haben wir haben einen mann verloren ich schulde dir was ich sage den jungs dass du in ordnung bist wir haben einen Mann verloren Es ist gut, eine neue Macht in der Stadt zu haben. Die gehen hier aber ganz schön schnell kaputt, die Leute. Okay, 25 Stück. Wenn die so hart sind, wie bei den anderen. Ich werde dem Boss sagen, dass du auf unserer Seite bist. Ich schulde dir was. Ich sage den Jungs, dass du in Ordnung bist. Aua. Ist halt mein Knie gestoßen. So. Den letzten heilen. Es ist gut, eine neue Macht in der Stadt zu haben. Die Leute hier. Ich brauche Verstärkung. So. Ach Mensch. Muss ich halt so klettern. Zack. Start. Abgehen. Nur der Joker würde Witz-Sprengstoff machen. So einen kranken Verstand muss man bewundern. Genau. Oh, und jetzt? Die apokalyptianischen Kanonen sind sicher eingetroffen. Aber die Polizei hat eine Razzia im Lagerhaus gemacht. Bäh. Was ich alles tue, um das Chaos in dieser Stadt aufrecht zu erhalten? Geh da rein und halte sie von den Kisten fern. Oh ja, und Betsy hat die durchgeknallte Gangster-hassende Huntress zur Untersuchung geschickt. Gib ihr einen, oder auch drei, liebevolle Klapse von mir. Nur fliegen ist schön. Ach, ich schwebe ja. Ich fliege gar nicht. Wo geht's denn hier rein? Ja. Soll ich das auch schnell machen? Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon aufnehme. Machen wir mal ganz schnell. Jucken wir hier mal blitzschnell durch. Du, 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 du. Wir haben einen Mann verloren. Ich bin dran. Ich werde den Boss auf jeden Fall sagen, was du für mich getan hast. Oh, Catwoman. Gothams Kriminalbeamte bellen nur, aber beißen nicht. Na, das ist doch gut. Danke. Mr. Falcone wird von dem Befall erfahren, den du mir getan hast. Du übernimmst jetzt also das Killen in der Stadt? Psst. Sag nichts. In diesem Lagerhaus gibt es ein kleines Schmuckstück, auf das ich es abgesehen habe. Lenk die Bullen ab. Dann zeig ich dir irgendwann, wo die wir... Hör auf und wassen runter! 11.99 Uhr auf. Falcone zahlt seine Schuld immer zurück. Ich werde dem Boss auf jeden Fall sagen, was du für mich getan hast. Danke. Mr. Falcone wird von dem Gefallen erfahren, den du mir getan hast. Danke. Ich bin dir was schuldig. Ich glaube, das waren jetzt alle hier. Oh, da war ein Bulle. Das ist erledigt. Oh, ne gelbe Kiste, da ist was drinne. Wir machen sich drinne. Was ist drinne? Handschellen? Na dann schauen wir gleich mal, wenn wir hier durch sind. Falcone zahlt seine Schuld immer zurück. Hm, dein Dunn ist Kackwommen, glaube ich. Ich werde dem Boss auf jeden Fall sagen, was du für mich getan hast. Ah. Ich bin getroffen. Oh. Ich hoffe, dass er zufrieden ist. Und was, jetzt? Ich hätte fast vergessen, weshalb ich alleine arbeite. Ja und, weswegen wird sie fast alleine arbeiten? Ach, nö. Müssen wir nicht da rein, oder? Tja. Ich denke mal, ich muss hier weiter laufen. Danke, ich bin dir was schuldig. Gotham PD, nehmt die Waffen runter und geht auf. Ich brauche Verstärkung. Die, das ist Elite? Gotham PD, nehmt die Waffen runter und geht auf. Ich brauche Verstärkung. Gotham PD, nehmt die Waffen runter und geht auf. Wir haben einen Mann verloren. Ich bin getroffen. Der letzte Dorf zahlt das Essen. So, freien wir den. Danke. Mr. Falcone wird von dem Gefallen erfahren, den du mir getan hast. 11.99. Noch nur der Kiff. Bing. Zwie. Das war schon lange, die Runde. Ich dachte, die war ein bisschen kürzer. Catwoman, dann sind die Falcone's nicht die einzigen Kriminellen hier. Kein Grund, bis ich zu sein habe. Also, das Schild über ein Teil heißt immer, man muss die Person beschützen. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Wir haben euch am Stepp. Legt eure Waffen wieder und ergebt euch. Es ist Catwoman. Bewegung. Los, los! Na, Huntress. Widerstande. Du wirst also Katz und Maus spielen. Ich liebe dieses Spiel. Das werde ich mir merken, Catwoman. So viele Leben kannst du nicht mehr übrig haben. Das hat mir wirklich gefallen. Oh, verschwunden. Deine Bewegungen gefallen mir. Triff mich später im Club. Ich habe eine Menge Ärger für dich, in den du geraten kannst. Juhu! In dieser Stadt werden die Unschuldigen gejagt. Das weiß ich. Deshalb kämpfe ich. Und darum ist die Gejagte nun die Jägerin. Huntress. Batman und seine Leute denken, ich sei zu brutal. Ich halte mich eher für zu milde. Mafiosi wie die Falcones, Gangsterbosse wie Pinguin, Psychopathen wie der Joker. Sie definieren das Verbrechen auf den Straßen neu. Und bei all diesen neuen Schurken muss man kein Detektiv sein, um zu merken, dass aus dem Kampf ein Krieg wurde. Jo, das hat es auch schön gesagt. So. Dann gehen wir mal hier raus. Dann müssen wir jetzt... Ne, da rein nicht. Da waren wir ja gerade schon drin. So. Gegen Huntress? Du scheinst gerne gefährlich zu leben. Gut. Du wirst nicht enttäuscht werden. Naja, das lief so gut, wie man es eben erwarten konnte. Calculator hat mir erzählt, dass du eine Streunerin aufgegriffen hast. Sie hat etwas für dich im Unterschlupf hinterlassen. Ich hoffe, es sind keine Flühe. Der Joker ist witzig. So, der Unterschlupf ist da. Hä? Neu-Start- und Ziel-Teil? Ist auch nochmal schnell? Ah, ne. Vier, drei, zwei, eins, los! Hm, das sieht nicht neu aus. 안돼. Vier, vier, vier! ��, ne. Vier, vier, vier! Na, vector! ocurr Rox. ok und die war unter schlupf freien nettes go ich war ja so ich würde sagen ich gebe die quest beim nächsten mal ab ich wünsche euch jetzt noch einen schönen tag viel spaß und auf wiedersehen ciao